Seid willkommen, müder Reisender. In mir sind viele wertvolle Schätze versteckt. Bevor ihr mich jedoch erobern könnt, müsst ihr mit mir spielen. Verführt mich, indem ihr mir zeigt, wie potent, wie lang, wie stark euer Erinnerungsvermögen ist. Hm, wunderbar. Lasst uns anfangen. Seht euch das sehr, sehr, sehr aufmerksam an. Jetzt sagt mir, wie viele Steinschädel habt ihr gesehen? Hm, richtig. Nun, erinnert ihr euch an die Truhe, die ihr gesehen habt, als ihr hereinkamt? Ihr seid doch in sie eingedrungen, ganz sicher seid ihr das. Sagt mir, was ich darin befand. Hm, richtig. Gleich ist es soweit. Meine letzte Frage. Wie viele Kerzen brannten auf dem ersten Bild, das ich euch gezeigt habe? Ja, ja. Kommt, ich öffne mich und gebe mich euch hin.